Hast du jetzt alleine ein Dreierteam ausgeschaltet? Ich weiß nicht, ob sie zusammen gehört haben, aber ich hab drei Mann weggemacht, ja. Wo sind wir? Äh, äh? Ach doch, ich glaub ich weiß es. Hier ist glaub ich gleich das Dorf drüben. Oder? Ja. Hier ist der Flugzeugabsturz. Ach so? Ja. Ah ja, stimmt, du hast recht. Wir müssen auf die andere Seite zurück, du hast recht. Warte mal, ich geh mal kurz zum Zelt. Ja. Das kann sein, dass wir jetzt auf welche von der Old Station stoßen. Mhm. Oh, ey, die Ausdauerprobleme. Was auch von rechts könnte nicht kommen. Gehen wir ins Schweinehaus, ha? Ja. So. Die Tür sind noch zu. Okay. Ich hab da keinen nicht an der Knache. Spieler hier drin oder was? Ja. Ja. Da ist noch einer. Wo? Hoi. Ich hab. Warst du? Ich hab's auch, ja. Ja. Schade. Wieso? Ist das hier durchs Haus? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Na ja, weil ich ja, weil ich ja auch Juul 6 brauch. Na ja, dann hättest du angreifen müssen. Hab ich doch. Hab bloß schlecht getroffen. Ha, 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 ha. Level 1, Alter. Ich mach mal hier die Tür zu. Ja. Ja. Ich guck mir den mal draußen an. Sag was. Hier, tot. Der Nächste. Alter. Was ist denn hier los? Junge, was hat der für einen Rick dabei? Hast du jetzt alleine ein Dreierteam ausgeschaltet? Ich weiß nicht, ob sie zusammen gehört haben, aber ich hab drei Mann weggemacht, ja. Brauchst du Kopfhörer? Nö. Na, ich hab hier welcher. Ja. Da ist noch was. Ich hör was links. Ich bin hier in der Garage und ich hör's links im Gedicht rascheln. Okay. Nee. Ich hab keine Automatikwaffe, ne? Warte, ich muss mal nachladen. Meine Magazine sind leer. Ja. Problem ist, da ist nicht wirklich ein Fenster oben, was nach hinten, wo man nach hinten gucken kann, ne? Hm, ich glaube nicht, ne. Ist es weit weg von uns? Weiß ich nicht. Die Kopfhörer sind halt manchmal so komisch. Stehe in der Garage, ne? Okay. Ja. Bewegt sich wieder was. Wo? Ja. Gute Frage. Da hat's auch irgendwo geraschelt. Ich renn mal hier rüber. Hm. Da ist keiner. Wo bist du jetzt? Ich liege hier und blute den. Das ist eigentlich der andere, also. Oh, du kannst hier noch den seiner Waffe nehmen, Beute. Der hat eine Autobatterie, wenn du willst. Oh, die brauche ich. Das ist die letzte, die ich brauche. Na dann greif zu. Oh, hier? Und das brauche ich auch. Okay. Das ist nicht weit weg, ne? Nimm seine Waffe und die Autobatterie. Ja, warte mal. Und die Magazine. Ja. Lief heute eigentlich recht gut. Ich muss mal Atem holen, weil ich bin völlig aus der Puste. Ich auch. So. Renn rüber. Ja, ich kann nicht rennen. Ach so. Ich guck mal kurz, wenn ich diese Lieblings-Loot stelle. Mhm. Alter, ein nicerer Run, Junge. Los, was ist hier los? So. Ist ja treuig. Haben wir heute, hm? Heute geht's ab hier. So, warte. Hier ist deine Weste. Hier sind Magazine. Vor dir? Hier? 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 Ah ja. Warte. Hier ist die Knarre. So. Okay. Okay. Dann müssen wir uns draufkennen. wo kam der denn her? Tja. Das war ein Hedgling. Äh, ja. Level 5er. Kannst du die Marke nehmen? Nein, du. Du hast ihn noch erschossen. Ach so, ja stimmt. Ich hab aufs Hibisch geschossen, wie so ein Idiot. Aber er saß wahrscheinlich in einem anderen, oder? Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt. Ich glaube, er kam entweder von da drüben, wo der Strommast ist, kurz vorm, äh, Jusek-Lager da, was mir ja gestern auch hießt. Ne, vorgestern. Oder er kam von dem Berg, zu dem wir gerade hinrennen wollen, zu dem kleinen Hügel. Ja, dort müssen wir uns schon wieder. Gehen wir ein bisschen in Deckung. Was denn? Na ja, Hedglinge erschießen, ist aber wie kacke, oder? Naja, ich hab's nicht richtig gesehen. Ich hab bloß einen Lauf gesehen. Ich dachte dann erst mal, es war ein Scaf, oder sowas. Ja, ich dachte auch, es war ein Scaf. Na, die geben sich's wieder oben nicht dort. Aber hier hab ich jetzt auch was gehört. Echt? Bin mir nicht sicher. Ich danke Ihnen. Ich sage gerade mal bei der K estargab es am meisten. Wohon. Ooh. Das war's für heute. Der Dorf ist noch nischt, oder? Nee, also keine Schießerei, aber... Es muss nichts heißen. Da lootet vielleicht gerade einer fröhlich. Macht sein Ding. Dann kommen zwei Hooligans vorbei. Das war's für heute. Ich hab gestern übrigens in der Kiste drei Granaten gefunden. Krass. Und der, die hier draußen liegt. Also drei hatte ich noch nie. Zwei hatte ich, glaub ich, schon mal. Ansonsten find ich immer ordentlich mit dem Blödsinn. Oh, da ist schon wieder eine drin. Eine F1. Ja, schön. Okay, ich renne ins Schweinehaus. Du kannst da hier draußen noch den Rest duten. Aber ruhig, guck mal hier. Hier liegt auch manchmal was. Nee. Mit dem Schweinehaus, das ist doch ein geiler Name. Ja, ja, ich komm rein. Ich frage sie, wo war der? War der im Haus? Hat sich nicht so angehört. Ja, hier ist der Typ. Ja, hier ist der Typ. Ich rede überall mit einem Hecht. Ichiere auf den巾. Ich danke dir, was ich schon hier herumserieße. Ich liebe es. Ich liebe es, das war aber auch schon. Ich liebe es. 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 Ich liebe es, mich. Ich liebe es. Was machst du? Ich bin im Schweinehaus. Was hat das so geraucht? Das war, ja, die hat die Tür aufgemacht. Achso, achso. Nacht? Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut, soll ich dir sagen. Ja, ebenso. Danke. Oh, warte, warte, ich höre den Sketch. Ich renne rüber. Oh, der steht direkt hier, der Idiot. Da ist noch irgendwo einer. Au, au, au. Ich habe ganz schön einen Smoke gekriegt. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler war. Bei mir ist, glaube ich, auch einer. Der muss im Garten sein, der Typ. Hast du einen? Okay, ist tot. Da ist noch einer. Oh nein, ich bin tot, Alter. Hä? Ich bin tot. War das das Gaff? Ein Spieler. Fett, fett. Mit Schild und einem drum und dran. Also bleibt drüben und sucht dann das weiter. Mist. Klopi, Alter. Kommt rein zu mir. Na ja, er hat mir einen Schuss nur gegeben. Einen. Wir kommen zum nächsten Mal. Vamos Tempo. Bis gleich,stonfest. Abonniert. Hier sind shows, ob... Bis zum nächsten Mal.